Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Luigi's Mansion 3 Heute gehen wir in E2 Keine Planung Keine Ahnung meine ich natürlich Coole Musik hier im Fahrstuhl finde ich Findet ihr auch nicht? Also ich Ich bin's Hammer Ja kommen wir auch mal an oder so Ich meine es war gute Musik aber Wenn man vom Teufel spricht Ähm genau das ist Der neue Ort scheinbar Wir haben doch E2 Feigenschallenden Machtgarten sind Egal Das waren wir doch schon So erstmal das weg Boah Bilder Oh mir explodiert Geh Was Interessant Äh folgen wir doch mal Mit dem Hund Okay Interessant auf jeden Fall Ich höre so cool Ah Das sind die Äh Oh Gott Acht Stück Jetzt los Los Loll mir die ihm angerufen Oh Gott warte mal ich Scheiße Ich hab gerade Oh lol Wie auf einem Streich Hä Hä Jo Alter Oh Gott warte mal Ne Kleine Probleme gerade Hier kommt rein Loll Loll Leute habt ihr das gehört Der klingelte oder funktionierte Aua Hä Hä Das sind mehr als 8 Davon schon 4 eingesaugt Mit einem Hummer Alter Jetzt ist auf mit Hummern Guck mal Junge jetzt kommt zurück Junge So Auf den drauf Mach doch Mach doch Joach Junge wie Unnötig den hätten wir locker noch gehabt Ja Ja Eine weniger Boah Und wieder voll In die Klasse So Komm rein So Leute ich muss gleich kurz gucken Wer mich da angerufen hat Oder wer mich anrufen wollte Boah Einer ist weniger alter Pahm Huh Das War anstrengend Okay Zauern wir erstmal kurz alles gell hier ein Oder Laufen durch Geht auch Junge Oh Das ist so rein Komm schon Boah Nö Der Stuhl ist einfach Explode Okay Wir müssen scheinmal hier rein Hier rein Ach ne warte das ist hier Warte ah hier jetzt So Versorgung aber wir sind ja logischerweise zu schwach Deswegen nehmen wir Luigi Der helft uns Und Der 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 hundert lieben ist hier hier kann es sein kann er haben weiter und hat immer Baseball gespielt mit der Pfanne muss lustiger muss los oh 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 ein Luigi aber ist zu langsam wow was 20 HP Schaden hier das Alter deine blöde Pfanne ey wir nehmen gleich den Fisch hier und schießen den dann mal gepflegt rein oh komm nimm deine Pfanne aha wir nehmen dich jetzt hops so geht das nämlich oh Gott alter er macht alles kaputt Junge so nicht Minion so nicht aber ich habe ich habe nichts mehr zu schmeißen ach scheiße oh Gott lol er hat Luigi abgeschossen Junge wär schon wieder sollt ihr das überhaupt ich weiß gar nicht vielleicht schon wenn ich will ja das war's gut ähm es waren nur ein paar Kollegen die können jetzt aber auch kurz warten da äh äh du da muss los n-n-n-no jetzt hier die ich glaube nicht aber nur die käse noch so ein bisschen bisschen näher so ja perfekt sollten wir einfach wenn du nicht so lange dauern ok wir machen es doch anders wir ziehen sie noch mal so ein bisschen nicht einsaugen auch mensch kommst du jetzt rein oder raus und da kommen doch wo die kämpft auch so dreckig nein noch luigi luigi hier ist perfekt wenn ich hier drinnen auch wie die unge ich bin ich denn ja ja ich hab aufgelöst haha lol ok let's go nein nie 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 noch jünger luigi was ist los mit ihr auch mann wie die maus einfach leuchtet alles klar wurde die rennen wir ins jetzt hier es war hier natürlich ja da bis hier kleine maus ja was ist passiert das ist nicht gesund wenn ihr so einen kopf liegt was wollt ihr denn jetzt jungen der schießt ja wirklich gefährlich man hier sein kumpel wo ist denn ein kumpel goldbahnen oder so dass wir hier war ja hier Oh, oh, Luigi, das war knapp. Ach, Junge. Ja, ich glaube, er ist hier. Ja. Ja, komm, 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 komm. Zack, 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 und zack. Ach, komm. Wegen 2 HP. Oh, der ist unten. Jetzt ist er da oben. Aber der, wenn er rausguckt und dann... Sind er wie... Hä? Zack. Ach, scheiße. Oh, Luigi? Hallo? Hä? Alles hinweg. Ja, komm, jetzt rein da. Ja, endlich, ey. Och, Mensch, okay. Jetzt... Können wir hier noch alle Kugeln versenken kurz? Oh, Christ. Ich bin doch ein... Mach das kurz, Leute. Oh, geil, wir kommen mehr Geld. Toll. Und Billiardkugeln. Ich dachte, vielleicht bekommt man ein Juweli oder so, aber... Jetzt bin ich nicht derweil. So. Das ist... Das ist creepy, ey. Die Maus ist ja hier hintergegangen und diese Schäfte... Oder Schränke... Schäfte... Das ist mir ein bisschen Schweizerdeutsch. Ach, da ist sie auch schon. Ach, no. Warte mal kurz, Loll. Hallo, Schwein. Oh, Loll. Das ist eine nicht Ehre. Sparschwein war das schon mal. Kommt mal her. Loppen Geldnoten. Oh, Manni. Oh. Wer ist hier hin? Gerannt. Also wahrscheinlich hier wieder raus. Hier wieder. Ja. Gehen wir mal raus. Puh. Ja, tatsächlich. Hier ist die Kette. So. Oh. Ich bin hier schrocken, ey. Hier konnte ich ja nicht rein, stimmt. Aber wie? Ah, das ist gar nicht hier. Ah, Loll. Aber... Warte. Ich habe schon wieder ans eine gedacht. Ich habe an den anderen Ort gedacht. Wir haben ja... Bei dem Dings, glaube ich. Bei der... Ich weiß nicht mehr, wo. Irgendwo hatten wir auch eine Toilette. Ich muss das noch wegmachen. Irgendwo hatten wir auch eine Toilette. Und da konnten wir... Als Flüttchen nicht durch, weil es nass war. Siehst du? Ja. Mal kurz alles einsaugen. Und hier ein bisschen grundig ist. So. Warte. Warte, wir müssen mal kurz hier. Ja, wir sind safe hier drin. Oder die... Alles hört sich nach mehreren an. Ah, ja. Oh Gott. Loll, sie sind stuck. Komm rein. Hallo? Kann ich nicht einsaugen. Okay. Warte mal, die andere dort ist auch stuck im Klo. Ja. Ja. Es ist... Belastend. Es ist halt wie süßes. Aber warte mal kurz, bevor wir sie... Den Knopf eigentlich nehmen. Zack. Hm. Wenn ihr zu Hause eine Maus habt, baut doch einfach einen Staubsauger mit... Mit einer Taschenlampe. Oder sowas. Hm. Könnte ich sie verscheuchen. Ja, jetzt packst du sie ein, Alter. Sonst kommt wieder eine Maus. Und nimmst du die wieder. Ja. So, Luigi, du hast toll mitgemacht. Genau, komm mal wieder herein. Hier ist auch noch ein bisschen Geld. Nehmen wir halt... Oh Gott. Die auch mit. Nee. Einfach getötet. Hat mir jetzt gerade eine Mücke ins Gesicht geflogen. Was soll das? Oder eher so eine Fruchtfliege hier. Egal. Wir gehen mal zurück zum Fahrstuhl. So, Leute. Wir bringen mal den neuen Knopf an. Mal gucken, was dann Git sagt. Immanuel Git. Und schraube rein. Und zack. Perfekt. Ähm. Danke. Oh, okay. Gehen wir mal zurück zu Git. Auf eine angenehme... Ähm. Fahrstuhlreise. Mit cooler Musik natürlich. Also nicht schlecht, ey. Oh. Das ging aber schnell, ey. Ähm. Achso. Ja gut. Äh. Gehen wir raus. Achso. So. So. Hallo. Klopf, klopf. Ja, hier bin ich. Ja, tut mal leid, Alter. Du hast dir gesagt, ich soll das auch erforschen. Naja. Ich hätte sie auch ins Zeug gelegt. Da braucht ihr jetzt noch mehr Funktionen und so. Das ist natürlich auch... Ja, hab ich schon. Okay. Jetzt könnte der uns an... Er könnte sonst irgendetwas anmachen. Juhu. Verrückt. Er ist auch... Er hat... Er hat ein Shopping-Dings gebaut. Lol. Ein Buch, Beine, ein Jubelfinder und ein Goldknochen. Ding ist... Was wir sind noch nachbestellt. Ähm... Knochen, Goldknochen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist halt... Wenn ihr so ein K.O. geht, könnt ihr... Wenn ihr so einen habt, kommt der Hund und schlägt euch wieder wach. Dann habt ihr irgendwie wieder... Nochmal ein bisschen HP. Äh? Ich hab einen Goldknochen erhalten. Ja. Ich weiß. Nervt doch nicht. Ein bisschen wenig Auswahl, muss ich sagen. Aber sonst eigentlich... Stubi. Was, das war schon? Das war's mit dieser Volke Luigis. Luigis Manchin 3. Wir haben heute auf jeden Fall spannende Sachen erledigt. Pass auf, was ist das? Hm, egal. Ähm. Ja. War cool. Ähm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und da war plötzlich die Audiodatei kaputt. Oder weg. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also in dieser Folge Luigis Manchin 3. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Das war's.